Panzer in Sicht! Danke, Herr Koppel! Sie sind in Sicht! Da! Feindliches Maschinengewehr! Ich brauche dringend Munition! Aufpassen, Speer! We have lost the Sector. Die Sector! Die Sector! Die Sector! Die Sector! Sie sind da! Die Sector! Die Schmerzen sind die Schmerzen der Schmerzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da liegt Hälter, ja! Hier, wo den Chum? Hier, Munition für dich! Seid abgesichtet! We have lost Objective Apples. We have lost Objective Apples. Let's jump, Art 2! Aufpassen, Grenade! Hier, Munition! Hat jemand Munition? Munition, zu mir! We have lost! Braucht jemand Munition? Da drüben, Speer! We have lost Objective Apples. We have lost Objective Apples! Seid abgesehen! Seid abgesehen! 20 Attackers remain. Ach! Ah! Einmal! Ich bin bei dir, Mann! Alles für gut! Wir haben uns nicht schon. Wir sind hier Victors. Wie in Tannenberg, die Russen haben sich zufrieden und zufrieden. Aber sie kommen wieder einmal. Und wenn sie tun, sie werden verletzt werden. Der Krieg ist mit einem Armored Train gegründet. Soldat, da drüben! We are losing. We have lost Objective Butter. Bleiblicher Sanitäter gesichtet. Gebreiflicher Sanitäter! Das ist ein Sturmsoldat! We have taken Objective Butter. We have lost Objective Apples. We have lost Objective Butter. Feindlicher Sturmsoldat! We are losing Objective Butter. We are losing Objective Butter. Wir haben den Radar gesichtet. Wir haben den Radar gesichtet. Munition für dich. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Panzer gesichtet, aufpassen. Lass ein Speer. Munition, bin leer. Oh nein! Sanitärer! Fertig! Geh es! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe hier einen Sanitäter. MG, seid vorsichtig. Ich habe hier einen feindlichen Sperr. Das ist ein feindlicher Sturmsoldat. Aufpassen, Maschinengewehr. Aufpassen, Maschinengewehr. Erinnerung an dieookie, Maschinengewehr. Sie kommen auf die K 그렇igen. Wird erinnerung. Sturmzolle, abgesichtet! Das ist einer ihrer Speer! Sturmzolle, abgesichtet! Dieses Territory ist lost. We must fall back and prepare to fight again at Kolomea. Valzei ist ein Mann left standing. The sun will not set on the Habsburg Empire. With precise artillery attacks and methodical use of shock troops, the Prisilov offensive managed to breach many sections of the Eastern Front. To avoid a total collapse of its armies and so the Empire, it was vital for the Austro-Hungarians to hold up the Russian advance until German troops arrived from the West. Kolomea was to be where one of these decisive battles would take place. Wir warten schweigend. Denn würden wir sprechen, käme die Wahrheit heraus. Nämlich, dass eine Niederlage hier das Ende unserer Armee und vielleicht sogar des Reichs bedeuten würde. Wir sind neun, zehn Kilometer marschiert und ständig dachten wir an weitere Kämpfe gegen die Russen. Sie sind schweigend. Sie sind schweigend. Sie sind schweigend. Wir müssen unsere Positionen, no matter die Kosten. Sie sind schweigend. A英 있습니다. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Großartig, danke! We have taken objective butter. We are losing objective armor. We have lost objective apples. M.G., sei vorsichtig! 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 We have lost objective butter. We have lost objective butter. Half of the enemy forces are gone. There is a spear. There! Feud of a machine! I shot him in the M.G. I shot him in the M.G. I have a Sanitäter! I shot him in the M.G. I shot him in the M.G. There! I shot him in the M.G. 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 I shot him Estados Unidos. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 50 attackers remain. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Feindlicher Panzer in Sicht 20 attackers remain. Untertitelung des ZDF, 2020 Two soldiers have fought off the Russian invaders. The German armies will soon join us to push them back through the mud. The Emperor salutes you. By the beginning of 1916, it was becoming increasingly clear that Russia could no longer sustain the losses from several failed operations, while maintaining loyalty to the autocratic and ever more dysfunctional monarchy of Tsar Nicholas II. If the Austro-Hungarians had managed to halt the first Brusilov advance, inflicting further wounds on Russia, it is likely that anger amongst the people at home would have ignited the revolution immediately, leading to the Bolsheviks pulling Russia out of the war before the winter set in. A huge blow to the Allied alliance. A huge blow to the Allied alliance.